Ja, hallo Leute, einen schönen Sonntag. Euer Influencer Marc Bellinghaus hat ein paar Neuigkeiten. Verstehe das, wer will. Ich war gerade auf der Webseite Crew United, wo eigentlich fast alle deutschen oder auch europäischen Schauspieler vertreten sind mittlerweile. Das ist eine Firma aus München. Ich hatte schon öfters mit denen Kontakt. Ich habe auch meine ganzen Mitgliedsbeiträge bezahlt und habe da auch ganz intensiv meine ganzen Sachen ausgefüllt. Jetzt klicke ich heute hier und dann kommt das hier. Boom, zack. Ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt auch schon an den Herrn Zenglein, Oliver Zenglein, das ist der Managing Partner, das ist eigentlich der, der das rausgegeben hat, jetzt geschrieben. Dann habe ich auch noch an den Roman Seder, mit dem hatte ich schon zu tun gehabt. Jetzt werde ich die anderen, Andrea Düren sagt mir was und die anderen hier, Managing Partner, Winzer Lutz. Leute, was ist hier los? Was geht ab? Was läuft hier? Was ist los? Ihr könnt mich nicht einfach rausschmeißen. Ich habe meinen Mitgliedsbeitrag bezahlt und wenn es ein Prof. Dr. Tholmein mit seinen Lügen geschafft hat, dann werde ich Klage einreichen. Ihr könnt keinen Menschen, der für 45 SchauspielerInnen kämpft, einfach so von heute auf morgen ohne Vormannung raussetzen. Das ist absolut irre, Herr Oliver Zenglein. Ja? Was soll das? Es ist unfassbar. Was macht ihr hier? Was soll das? Also sowas ist echt unvorstellbar. Aber es ist gut, dass ich dieses Video mache, weil ich glaube auch, die Leute, die das sehen, können das nicht verstehen. Und es ist wirklich, es ist erschreckend. Was hat das hier noch mit Demokratie zu tun? Und ich kämpfe für die Leute, die von einer absolut machtsüchtigen, machtmissbrauchenden Frau rausgesetzt wurden. Das habe ich jetzt schon in mehreren Videos bewiesen. Und jetzt werde ich hier rausgesetzt. Was geht hier ab, Leute? Sind wir jetzt in der Diktatur? Oder was macht ihr? Ihr könnt mich nicht einfach rauswerfen. Ich werde klagen, Leute. Und ich werde euch den Arsch richtig schön rot klagen.